Knicke Sollte man bei einem Nieser noch Gesundheit wünschen? Wo legt man sein benutztes Besteck ab? Die Knicke-App zeigt im einfachen Frage-Antwort-Spiel, welches nach anerkannten Regeln das korrekte Verhalten ist. In insgesamt zwölf Kategorien, als Gastgeber oder Gast, im Restaurant oder zum Umgang mit Trinkgeld, antwortet die App auf häufig gestellte Fragen. Was bestellen, wenn man eingeladen ist? Darf man bei einer Erkältung aufs Handgeben verzichten? Darf man Cappuccino-Schaum auslöffeln? Knicke-Regeln, die man besonders interessant findet, lassen sich auf eine Merkliste setzen. Hilfreich ist auch eine Liste der Top Ten. Insgesamt etwa 100 Auskünfte erhält der ratsuchende Nutzer und weiß im Anschluss daran garantiert, wie man sich in vielen Situationen stilsicher benimmt. Auch eine Volltextsuche ist im Angebot. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.